ARD Text im Auftrag von Funk Lars, da seid ihr ja Wolltet ihr nicht da einen Schaufel da machen und jetzt macht ihr hier Dirty Dancing oder was? Hey, was für Dirty Dancing, Jürgen Ey, wir haben uns verschaffelt, Jürgen Was habt ihr beiden euch verschaufelt? Also ich frag mich ja, wie bei ihr beiden Top-Dumption, dass ihr hinkriegt, dass ihr euch ohne Schaufel verschaufelt Hey, was für Schaufeln? Oh mein Vater, dann hilft uns doch einfach, ey Wir müssen erstmal absichern Ey, was macht er denn jetzt? Oh, der sichert das ab, ey Bist du, weil die ist schon dunkel, können wir nicht mehr schaffen Ich hab keinen Bock mehr Oh, hätte ich fast vergessen Oh, ich tolperriere Ey, weißt du was, mein Taschengeld, Bruder, ich krieg jetzt 560 Euro Was, ey? Boah, ich bin jetzt voll neidisch So Toll, ich krieg... Achtung, Gefahrenstelle Achtung, Gefahrenstelle Achtung, Gefahrenstelle So, jetzt hast du gehört Oh Mann, ey Oh, Vater, dann hilft uns doch einfach hier raus, ey Oh, nee, Thomas, also so einfach geht das nicht Also immer schön langsam mit den wilden Pferden, ne? Sonst, wenn ich da jetzt da mitmache, dann verschaufel ich mich da auch da mit euch Oh, Jürgen, das heißt Schaffeln Das ist mir egal, wie das heißt Lochbuddeln, Schaufeln, Holzhatten oder Kuchenbacken, das ist mir ganz egal Bevor es losgeht, Lars, ich brauche deine Versicherungskrankenkassenkarte Ey, YOLO, wozu das denn? Hey, Thomas, ich dachte, du willst nicht mal mit deinem Jojo spielen Äh, Jojo? LOL Oh, hilf uns bitte einfach hier raus, du bist peinlich So, du hast die Karte Außerdem komm ich da nicht ran, wir sind verknotet, die sind in meiner rechten Hosentasche Kommt dich dran Hol sie doch selber raus, wenn du rankommst, Jürgen Pfff Ich spiel hier jetzt nicht am fremden Billardtisch rum, da kannst du knicken, Kumpel Ey, was, wir spielen Warzone und kein Billard Ey, ja, ey, boah, das meine ich, das ist voll peinlich, der redet immer irgendeinen Quatsch Was, spielt ihr Vater und Sohn? Ja, verstehe ich nicht Mann, hilf uns jetzt Thomas, sag mal, das ist doch wohl jetzt nicht der neue Pullover, den Mutter und ich dir gekauft haben, die du da jetzt anhast und kaputt gemacht hast Ja, oh Mann, das war Lars Hä, ich war das gar nicht, du falscher 50er Hä, voll warst du da Hä, nein Hey, doch Nein, ich würde dich treten Hä, voll So, jetzt rede ich hier mit erhobener Stimme So, jetzt ist gut, jetzt hört auf, hier rumzugangern Das bringt uns hier auch nicht weiter So, Lars Ich werde dich jetzt anfassen Ja, mach doch Ich brauche deine mündliche Einverständniserklärung, dass ich dich jetzt anfassen darf Ich muss raus Gut, so Aber ich habe dich doch gar nicht berührt, wenn ich jetzt da nur Ich habe mich jetzt anfassen Hä? Äh, Tommi? Lars ist mein bester Freund, ey Äh, Tommi, jetzt hilf doch mal Ja, nee Ja, das schaff ich doch selber, ey Lars, ey Also, so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt Äh, Lars Boah, ey Thomas Ich bin nicht gut. Klop, bumm. 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 Tja, tja, tja. Warte, nicht rein. Bitte, 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 bitte. Sei leise, 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 nicht rein. Das hört auf. Ich verstehe, ich verstehe. Tja, tja. Was ist denn da? Nix, Pap, wir wollen jetzt gleich ein Video drin, ein bisschen trainieren. Tick-Tock-Video. Ui, Tick-Tock-Training. Kann man damit Geld verdienen oder was? Habt ihr keinen normalen Job gehen und arbeiten vernünftig? Tick-Tock mit Tock-Sranen. Das ist Hobby, kannst du machen nebenbei. No, da, ладно, Pap, okay, dann hören wir jetzt auf. Was ist mit deinem Bein? So, gar nichts, gar nichts, nichts. Was ist? Pap, das ist normal bei dir, man. Das ist normal? Dann, umgeknegt wie bei Tigger. Bist du ein K***l oder was? Nein. So, ich verstehe. Ich verstehe, habt ihr hier getoppt, wie wilde, wilde Schweine? Nein, Pap, nein, wir wollten hier einfach ein Video machen. Was nein? Nein, Pap. Schö, du mir pappkommst? Ich nicht pappkommst. Nein, Dede Wov. Schö, du mir pappkommst, Dede Wov? Nein. Was ist das? Wie kommen wir hier? Nein, Dede Wov. Ich bin auf Massenphase, das wäre Kardio für mich. Ich habe gesagt, komm hier. Wir kommen gleich. Habt ihr getoppt, ja? Nein, nicht getoppt, warum? Nein. Verletzung? Wie eine Verletzung? Das ist normal. Du willst aussehen wie eine Ziege? Das ist normal? Pap, lass ihn. Tak. Neweil? Kein Schmerz? Was ist? Ist das Schweiß? Ah? Was habe ich gesagt? Nicht tofen. Wenn was passiert, dann passiert. Pap, ist doch nichts passiert. Hat nichts. Nur springen. Was ist das? Was bist du? Sag Kartoffeln jetzt oder was? Pap, warum sag Kartoffeln? Das ist doch Massenphase, haben wir doch gesagt. Guck. Beide Massenphase von mir, ja? Tak, Massenphase. Beide. Kalinga. Was, Pap, Kalinga? Ich kann nicht ... Hopp, hopp. Zeige, zeige. Schuerte. Geishaz. consciaz und Zeige. Sog. Es ist so. Pahne. Echt? So, wie bist du? Wir haben nicht beschlossen. Oh, ich hab sofort ... Pap, egal, nach der Krankenwagen. Warum nicht so eine Krankenwagen? Pap, warum kein Krankenwagen? Du hast doch nichts, oder was? Ich hab ... Hirsch erzogen, oder was? Warum Hirsch? Wenn ich etwas verstehe, bin ich gleich Hirsch. Das ist Moldau. Und, Pap, wir sind doch ein Arzisten, das ist doch egal, was er ist. Und? Und? Hast du nicht erklärt, was Moldau in Deutschland mit Krankenversicherung? Was meint ihr? Ich bin nicht versichert. Ich mach selber. Nein, Pap, nicht selber. Nein, nein, nein. Oder wir können rufen, Krankenwagen, wenn du Deutsch passt. Hast du Deutsch passt? Nein. Oh, oh, siehst du. So, ich renke wieder. Nein, 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 Pap, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das ist ... Wo dein Vater, dein Onkel war in 1900 ... ... Sowjetunion in ... ... in ... ... in ... ... in Deutsch. ... Bundeswehr. Bundeswehr. Was laufen mit schwarzem gemaltem Bein ... ... Bundeswehr? ... ... Armee. Oh, ich war bei uns durchklettern, fallen ... ... und ... ... tschu, ich weiß, wie viel sowas war. Kein Problem. Die zwei immer. Hopp, hopp. Knack, knack zweimal. Und wieder gut. Also, давай. Ey, ich glaub, du musst dich immer da durch. Nein, nein. Mach mich nicht allein. Nein! Nein, du! Nein, du! Krankschwester oder was? Siebama. Ich bis drei. Auf Liebe beißen ist gut. Eins, ja, drei. Leute, wär cool, wenn ihr uns abonnieren würdet. Hier oben links. Und ja, die anderen Videos anschaut. Wir bringen jetzt Sie mal ins Krankenhaus. Und ja, schenkt ihm Liebe. Drei. Untertitelung.